Ich hätte jetzt eigentlich nachgucken können, ob ich da überhaupt hin muss. Ich hätte jetzt noch mal nachgeguckt wegen dem heiligen Baum. Aber ich wollte ja noch das Mause-Ding da gucken. Das Mause-Haus, weil ich meine, wir wären da noch nicht drin gewesen. Genauso wenig, wie wir in dem Bergwerk drin waren. Jetzt sehe ich, du Drecksvieh. Moment! Ist hier hinten nicht ein Baum? Ist hier auch ein Baum? Ist hier auch ein Baum? Ja. 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 Oh! Ganz vergessen. Da war ja immer mal. Zaubersaft. Diese komische Spezialmahlzeit. Ich könnte mir vorstellen, dass die Spezialmahlzeit so Zustände heilt. Ich habe hier keinen Baum gesehen. So, jetzt aber das Richtige auswählen. Und zwar den Pilz, aber nicht die Glocke. Ja, ich bin ein Roti. Du bist ja selbst auch klein. Die Menschen übersehen uns kleine Leute immer. Wie sind denn die Menschen überhaupt? Ich würde gerne mit ihnen reden. Dafür. Ich kann hier drinnen noch nicht mal springen. Oh Mann. So, ähm... Erstmal den wieder. Und jetzt das Eichhörnchenkostüm. Wo ist der scheiß Baum? Das lässt mir jetzt keine Ruhe, tut mir leid. Ich muss nachgucken, was das für ein scheiß Baum ist. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt kein Video gefunden, aber ich habe ein Bild gesehen. Ähm... Und ich glaube, es befindet sich da, wo ich eigentlich keine Lust hatte hinzugehen und nachzugucken. Was ist das? An dem Mondeneis. Verstehe ich auch noch nicht, wofür wir das brauchen. So. Ähm... Ja, wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Ich glaube, hier, ne? Ja? Ja, da ist er! Da ist er! Der Pilz! Im Leben wäre ich nicht mehr auf dieses Ding gekommen, ne? Wie süß! Heiliger Baum. Fertig. Okay, dann kann ich das auch schon mal durchstreichen. Und warum ich eben gerade süß gesagt habe, weil es ist halt so voll... Wie nennt sich das denn beim Baum oben? Da wo die Blätter sind? Krone! Also, das ist auf jeden Fall so voll die komische kleine Blätterkrone und so Riesenstamm. Mal gucken, was hier oben ist. Oh. Kann man sich da festhalten da drüben und noch weiter hoch? Ne. Das geht nicht. Ja, das ist so großartig. Ja, das ist nochmal so großartig. Ich weiß nicht, wie du es schlossst. Ich weiß nicht, wie du es schlossst. Ah, wieder so ein Spezialmahlzeiten-Koffer. Was ist das? Rucksack. Was ist das? Der Rucksack, wo kam der denn hin? Ins Tempel-Ding da, ne? Was ist das? Ist das... Ist das ein Schweinentor? In deinem Zustand kannst du hier nicht durch. Habe ich eine weiße Tasche? Da habe ich eine. Aber eben die gelbe, die war aktiviert, ne? Die konnte ich... Ne, die ist auch rot. Was ist das? Warum in meinem Zustand? Ich bin in keinem Zustand. Da sind wir ja, glaube ich, direkt da, wo wir sein müssen, ne? Jo. Hey, mein Rucksack! Du hast ihn gefunden? Ich bin gerettet. Oder war das so ein komisches Ding, wo man das Trötenlied machen musste? Das ist echt lieb für dich. Ne, das ist echt lieb. Für dich. Oh, das wollte ich niemals weitererzählen, aber... Da du meinen Rucksack gefunden hast, also pass auf. Mein letztes Geheimnis. Bitte das Lied, das restliche Lied. Es gibt einen vierten Turm, den goldenen Turm. Wie die anderen ist auch eher schwer zu betreten. Unter den Abenteurerkisten, die überall verteilt sind, ist eine mit einer Platte. Die seine Lage verrät. Aber man muss eine hohe Stufe erreichen, um diese Kiste öffnen zu können. Der Turm ist hier irgendwo, aber ich muss ihn noch finden. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich suche auch danach. Vergiss nicht, dass ich ein Konkurrent bin. Jetzt habe ich gedacht, wir kriegen das Lied dann noch. Was war hier? Ach, der Typ mit seinem Boot da. Halt! Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir... Ich werde jetzt noch in die Bergwerkstatt reisen. Und dann noch das eine Mausehaus betreten. Ich meine, da wären wir nämlich auch noch nicht gewesen. Also nicht in der Bergwerkstatt selber, sondern da bei den Rohren. Und dann mache ich auch Schluss mit der Aufnahme. Wie gesagt, es ist nur eine kurze gewesen. Aber ihr habt eure Dosis heute noch bekommen. Nee! Da! Nach die Richtung! Nach die Richtung! Genau! Du kannst so gut Deutsch sprechen, Julia! So! So! Und jetzt diesmal nicht wieder die Glocke nehmen, sondern den Pilz. Dass er sich immer dafür umziehen muss, ne? Oh, guck mal! Ich weiß schon, dass ich hier nie mit reden! Hey, Mann! Toll, dass du das hier gefunden hast! Klasse! Echt super! Ich muss dir was sagen! Wir haben überall Häuser! Hast du mal welche von uns mit bunten Schwänzen rumlaufen sehen? Nein! Es heißt, dass diese Mäuse eine wichtige Rolle spielen! Du kannst in deinem jetzigen Zustand nicht abspeichern, Julia! Doch, geht! Ich dachte schon! Man weiß ja nie so weit im Spiel hier! So, Datei überschreiben! Wir haben 91,112 gehabt! Was haben wir jetzt? 97,113! Wunderbar! Gut! Dann hoffe ich, dass euch die heutige kurze Aufnahme gefallen hat! Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen! Tschüss!